Jo, wir sind jetzt in den Rotalpen und wollen den längsten Singletrail fahren, den wir bei uns im Pfälzer Wald haben. Wahrscheinlich den längsten, ich vermute mal, es ist der längste. Hier der Rotalpener Felsenwanderweg. Und wie es gelaufen ist, das seht ihr jetzt. Ach du Scheiße. Okay, du kannst gleich hier oben. Puh, die Brille ist fast schon einen Tick zu dunkel. Es wird uns gar gar, dass hier ein bisschen das Kimbo rauskommt. Tempo raus ne? siehst und so, stelle kommen halt immer wieder dazwischen drin ich habe mir das gerade gedacht und ist natürlich voll gebremst und jetzt habe ich zu schwer gegangen oh jeje, jetzt kann ich heute noch was geben das müsste ferkelfelsen sein oder so, glaub ich warum fahr ich die eigentlich hinterher? das war so einladend aber ich glaube heute machen auch die Sattelstütze ne gewisse Entfernung mit dem rauf runter da alter ich hab mich aufsetzen ich muss nochmal trailmodus rein trailmodus ich pack mich gerade so ab ja bei mir gehts eh nur auf und zu deswegen scheiß drauf, ich fahr offen ja? ne sag mal, mir gehts eh nur auf und zu deswegen scheiß drauf, ich kann eh nur offen fahren ja 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 schöne felswand schöne felswand ja das war etwas tief da hab ich gerade nicht gesehen es wäre Zeit, wie ich mal einen anderen helm wieder fahren kann da habe ich so viel mehr Aussicht das war etwas keine guiche oder? ja, eigentlich also mit dem tradebike wäre das wäre besser gewesen aber keine vario stützer schöne kurve und schön verwaschen hier alles sattel stütze raus sattel runter und da wieder ein hässlicher anstieg ja mein gang war etwas fast schon zu schwer aber schönes bild hier ja ich denke das hängt aber auch mit der jahreszeitsammer alter was machst du geräusche schreit nach haftung aber an jeder ecke war der überhöhe sieht fast so aus lecker 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 ja ich habe einen pfandkuchen am hinterrad ja ja aber wie so ein schiffsbuck ja vielleicht muss man doch über ein wochenende mit dem wanderer herkommen machen wir alles zu fuß auskundschaften also ja apropos wanderer die kriegen noch ein foto foto loto ja ich habe es drauf eisenböhrenchen ab Ah. ok, wieder zurück naja, es sind ja 3 oder 4 telschatz ooooh yes ah, scheiße scheiß Wurzel ja, ich bin eben mit dem linken Pedal an der Wurzel hängen geblieben also mit der Zehspitze gerade so auf die Wurzel drauf beim Pedalieren 205 Kalorien, dann mache ich Pause 205, gut ja, dann neigst du den ersten Riegel ja genau, dann gibst du auch eine Pause wenn du das besser am Blick hast, wie ist aber wenn du das besser am Blick hast, wie ist ei 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 wie pett er, äh Bubel geht doch ganz easy du brauchst wieder Energie hahaha aber er ist doch Maul da hinten nein, ey hättest du auch noch da ach 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 uuh ach uuh oja uuh 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 nochmal neuer anlauf ich weiß es nicht ich denk da kommt nur ein paar scheine stelle ich hab ein e-bike, dann bist du selber hoch cheater! cheater! oh schön ich hab mir eigentlich fast überlegt den hoch zu fahren aber halt sogar ja aber theoretisch müsste gehen sattel komm hoch ups, sorry Bäume oh, eine kleine Höhle also von der Seite runter ist ach echt schön wahrscheinlich oh, was kommt denn da für ein Felsen hinterm Hang hervor das ist schon ein bisschen schade fahre und ich gucke es geht nicht so ganz hey, das war aber schön du kommst über den Hang und dann kommt dieser Fels Pause futtern 106 Kalorien bang find ich geil wir haben gerade mal 10 Kilometer von 45 45 alter kleine Pause 253 Höhenmeter Anstieg insgesamt ab viertel ab bis hierher vom Parkplatz 253 von 1000 R100 noch was gut, aber die 10 Kilometer gehen halt aber auch flop ne? ja ich bin mal gespannt wie das jetzt noch so ist also wenn es nicht so bleibt ist es zwar anstrengend aber nicht zu arg ne es ist nicht so dass es nicht komplett rausreißt genau die nächsten 3 Kilometer ja die nächsten 10 Kilometer ja gut, wir können ja alle 15 Kilometer 10 Päusche machen boah stop des, ich seh nichts mehr alter scheiß Sand alles ohne Schoner, alle ohne Brille, das mag ich gar nicht so es geht da hinten dran ah hä es geht da hinten dran wie hä sicher? komm mal um trail ok trail überzeugt dann glaube ich hätte ich noch ein bisschen Luft aus den Reifen lassen können wuhu yes alter und da linker Fuß meets Kante beim runterfahren geiler Stück da runter? ja ja vermutbar ja dann sind wir richtig dann sind wir richtig ja verdammt verdammt einen anderen Gang hätt's vielleicht leichter gemacht oh ja ok 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 ich seh's gut cellent Wah noch mal gua Vielen Dank.